Schnell mal die Treppe hoch, die Schnürsenkel in der Hocke binden oder im Urlaub eine Wanderung machen. Mit gesunden Gelenken alles kein Problem. Doch fängt das erste Ziepen und Zwicken in der Schulter oder im Rücken oder in der Hüfte an, dann schieben wir es häufig auf unseren normalen, natürlichen Alterungsprozess. Doch stimmt das? Ist der Alterungsprozess wirklich verantwortlich für schmerzende Gelenke? Eine Formel bringt es relativ einfach auf den Punkt. Was wir bewegen, bleibt gesund und was wir nicht bewegen, verkümmert. Nur durch ausreichend Bewegen und auch Bewegung erhalten, werden unsere Gelenkstrukturen wie Bandscheiben, Knorpel, aber auch Sehnen, Bänder und die Muskeln mit ausreichenden Nährstoffen versorgt und bleiben elastisch. Das Problem an der Geschichte ist, dass wir aktuell von 100% Bewegungsspielraum in Deutschland nur 10% ausfüllen. Und was das nachher für unsere Gelenkstrukturen bedeutet, das liegt dann auf der Hand. Was ist die Lösung? Sie liegt nicht im Marathon, sondern in sanften, ausgleichenden Bewegungen, um die Faszien zu lockern, um auch unsere Dysbalance, unsere Muskulatur auszugleichen und dadurch auch unserem Bewegungsalltag endlich mal etwas für die Bewegung und die Gelenke Gesundheit zurückzugeben. Für den Bürojob und schmerzenden Rücken bedeutet das, wir dehnen gezielt unsere Hüfte und unseren Oberschenkel auf und sorgen dafür, dass der Schmerz nicht nur das Symptom behandelt wird, sondern auch die Ursache durch die verklebten Faszien gelöst wird. Was sich jetzt erstmal zeitintensiv und auch anstrengend anhört, dafür brauchen wir wirklich nur ein Fenster in der Woche, um daran effektiv zu arbeiten. Denn wir wissen, wie der Schmerzalltag und das Schmerzempfinden entsteht und können dadurch mit Alltagstipps und gezielten Übungen dafür sorgen, dass er nicht wiederkommt und dass wir endlich langfristig schmerzfrei sind. Und dafür ist es nie zu spät. Und das wollen wir mit unserem 4-Wochen-Kurs für schmerzfreie und fitte Gelenke beweisen. Sichere dir also jetzt einen Platz in unserem 4-Wochen-Einsteiger-Kurs und erlebe nach dieser Zeit schon die ersten Erfolge.